Ja, hey, Willkommen mal her... Mein Name ist dein Juro LPR und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphona, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir in der Unterwelt gegen diesen komischen Rittertypen gekämpft und wurden vollkommen zerstört. Dann sind wir hier zum Kolosseum gegangen und haben mit Precer die Einzelklasse gemacht und wurden von Cellos Schwester vollkommen zerstört. Ja, dann habe ich ein bisschen traurig geschickt. Deswegen habe ich ein bisschen trainiert. BAMS! Level 100 mit jedem. Das hat verdammt lange gedauert. Naja, eigentlich nicht. Ich glaube ich war Level 80 beim letzten Mal, als ich hier war. Und ich habe so mit dem Dämonensiegel und all so was hier, so alle abgegleicht, damit alle so zum gleichen Zeitpunkt hier ein Level abhaben. So, und ungefähr jede halbe Stunde habe ich dann in Diriskalern trainiert. Ich habe eine halbe Stunde lang in Diriskalern trainiert immer. Und dann habe ich immer ein Level abbekommen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen gebracht, finde ich. Dann können wir doch vielleicht einige Einzelklassen hier schaffen. Außer auf die Magie wahrscheinlich. So, noch ein kleineres Update. Ich habe ganz viele Sachen bekommen. Zum Beispiel habe ich für jeden auf Level 100 bis auf Gennis, glaube ich, einen Titel bekommen. Und zwar, für Leute habe ich den Schwertheiligen. Priscilla, Sturm der Zerstörung. Zellos, Schwertheiliger. Da habe ich auch die Trophäe von Zellos bekommen. Zellos, Charisma. Für Rain habe ich Weise bekommen. Regal, äh, Regal habe ich, äh, Meister des Kampfes. Und, äh, die Trophäe, Regalwaffe bekommen. Für China habe ich ultimative Beschwörerin. Zehnfache Beschwörerin, die Trophäe habe ich auch bekommen. Und Colette habe ich himmlische Maid. Und bei Gennis habe ich, äh, nix aufglocken gesehen. Ich kann dir auch mal alles hier noch mal vorlesen. Äh, nach rechts, bumm, nach links, bumm, ihre Axte, wir schüttern die Erde. Ich habe die Uhr direkt alle mal ausgerüstet, weil vielleicht bringe ich auch voll geile Staatserrungen und so. Äh, er strahlt so eine Schönheit aus. Die ist schön, als seine Augen reflektiert sich in seinem Schwert. Äh, der Titel des Lichts. Sie verliehen jener Göttin, die durch den Himmel fliegt. Äh, der Titel für Ele, die die Gesetze, Kosmos, des, äh, blablabla, des Kosmos durchschauen. Ultimative Beschwörerin. Ein Titel, der jene Erd, die ihren Körper und ihre Seele ernsthaft trainieren. Äh, ein Mann auf dem Höhepunkt des Kampfes. Er vorhat Respekt von jedem. Ja, bei Gennis hat, äh, ich glaub, Gennis hat keinen bekommen. Jeder Schlag vernichtet den Gegner. Es war perfekt beschreibst, nicht mal ansatzweise. Und ja, dann hab ich, glaub ich, noch für Cellos irgendeinen Titel bekommen. Muss ich jetzt mal gucken. Ich glaub, Tetra angefangen habe ich bekommen. Eine Vierer-Kombo an dem einen Spezialattack mit einer normalen Kompon verbunden wird. Ja, dann hab ich, äh, sogar einmal geschafft, die Mystic Art von Cellos zu aktivieren, weil ich hab mich noch mal bei jedem hier informiert, weil ich alles so brauche. Aber vielleicht kann er irgendwann mal nützlich werden. Ja, und nachdem ich einmal die Mystic Art von Cellos aktiviert habe, hat er Judgment gelernt. Boil. So, und das, äh, kann ich jetzt auch im Overlimit einsetzen, damit er eine Mystic Art einsetzt. Und da finde ich richtig gut. Könnte vielleicht sogar nützlich sein. So, was haben wir noch? Ich werde in dieser oder der nächsten Aufnahme mal mit Abition reden. Hab ja schon mal nachgeguckt hier. Äh, irgendwann mal aufs Spiel und damit ich darüber gestolpert irgendwie. In der Set bin ich auch über irgendeine Kackzien gestolpert. Hab ich aber direkt weggedrückt und alles was. Äh, äh, in der Toysmine. Ja, da bin ich immer noch mit den Rädern machen muss, die man aktivieren muss in der Mine. Äh, und was noch? Ach, ich gehe mal den ganzen Notizen immer durch, ey. Äh, so einen Arzt habe ich glaube ich 1 oder 2 neu bekommen. Ah, ich hab das Onkelspiel habe ich jetzt auch endlich geschafft mit ein paar Notizen. Also, ey, war einfach nervig. So, dann kam immer auf Folge Katze, nachdem ich dann erstmal 6 Runden geschafft habe. Kam der Mann mittleren A. Ja, der hieß irgendwie so, keine Ahnung, mittleren Alltags nehme ich mal an. Ja, auf jeden Fall, aber da statt mittleren A. Und deswegen nenne ich ihn so. Ah, ich danke dir. Ich habe ja ein paar gute Informationen. Was? Welche Art von Informationen? Das ist streng rein. Egal, hier ist ein kleiner Gewinn. Leute, er hat 1980 galt. Dann hab ich irgendwie so was freigeschaltet wie den Highspeed-Modus. Wo genau gleich war, nur schneller. Muss mir auch wieder ein paar Onkels merken. Dann hat er genau gleich gesagt. Ah, ich danke dir. Ich habe ein paar gute Informationen. Was? Welche Art von Informationen? Das ist streng geheim. Blablabla. Wie hat 1980 galt? Geil. Ja. Dann habe ich nochmal den normalen Burs gemacht. Und dann hat er schon wieder gleich gesagt. Ich habe schon wieder die gleiche Menge an Geld bekommen. Dann... Ausgezeichnen. Hä? Moment mal. Ich habe einen Moment falsch geschrieben. Egal. Du hast dieses Spiel ausgiebig gespielt. Ich danke dir. Ich verleihe dir einen Titel, der zu dir passt. Sei dich zur Schüchtern. Nehmen wir ihn. Und Leute. Mit Life Crisis. Kann ich auch nochmal zeigen. Hm. Da fand ich die Beschreibung eher witzig. Hier. Dein Titel. Da du die einsamen Menschen... einsamen Menschen mittleren Alters genau beobachtest. Ja. Ich habe deutlich zu viel Zeit. So. Ich glaube, das waren alles so, was ich hier aufs Green... Oh ja. Ich habe zwei Millionen galt. Da kam von den ganzen Training. Hätte ich vielleicht in die Jetongs reinpacken können. Aber ich glaube, da gibt es irgendwie nur so 1000 oder so. Früher gerade mal zwei Millionen galt. So. Jetzt machen wir mal wieder was geschäftliches. Und zwar. Ich wollte mit Zellos den Einzelkampf mal machen. Und... Versuchen nochmal gegen Zellos zu kämpfen. Weil das wird ja auch irgendwie passen, ne? Äh. Habe ich auch... Ich habe gerade einen Moment nachgedacht. Habe ich genug galt? Hm. Ich glaube ja. Ich habe ihn direkt hier wieder... Ich habe ja alles so, was die Verteidigung gewählt, erstmal ausgerüstet. Äh. 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 Ja, so KP Heilung und all sowas habe ich alles ausgerüstet. Ich glaube, ich muss für ihn aber noch Dingens ändern. Ja, ich habe jetzt schon drauf. Durch hier Doppel-Demon-Felgen. Ich hoffe, ich müsste gerade, kann man auch irgendwann mal sehen. Ich glaube nicht, dass das so schwer ist, die irgendwo mal zu zeigen. So, nächste Klasse. Mal versuchen wir mal. In dem Teil Zellos. Dann kriegen wir ja auch natürlich wieder ein Titel und eine Waffe. Hoffentlich. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall mit jedem Charakter hier das Kolosseum schaffen. Bist du bereit, ja? Ja. Wir wissen auch schon alles, was dazu kommt. Neuer Kampf gegen Zellos wird wahrscheinlich ein bisschen, äh. Ja, schwierig. Schwert heiliger. Nehmen wir gleich los. Hier kommt der erste Kampf. Ne, ich habe ja mit Zellos noch gar nicht. Werdig Idiot. So. Gucken wir mal einfach Doppel-Demon-Felgen. Ja, so. Genau so. Ich weiß, dass ich die Kombo immer eingesetzt habe, ey. Ja. Natürlich wieder Risotto als kochen, ja. Ausgrüße. Und irgendwie sein Kristalldorch scheint irgendwie TP zu sein. Weil ich habe mich die ganze Zeit immer gewundert, warum er irgendwie so 6 TP oder so bekommt. Ich habe ihn irgendwann mal alles abgenommen. Ich habe irgendwie gemerkt, die Kristalldorch gibt ihn 6 TP. Und ich ein bisschen Bilder dazu aber nicht gezeigt wird irgendwo. Aber da ist man ja schon gewöhnt in dem Spiel irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das als einziges zu sehe, aber wenn Zellos irgendwie vom Computer gesteuert wird, geht der richtig ab. Eine Ahnung, der setzt irgendwie 3-4 Attacken hintereinander ein, äh. 3-4 Arts oder so. Ich verstehe nicht, wie das geht. Und China auch. Wenn China vom Computer gesteuert wird, geht die voll ab. Und ich beginne gleich mit einem ausgezeichneten Sieg. Mal sehen, ob du in diesem Thema weitermachen kannst. Runde 2. Los. Wir haben ja wohl 1-2 Sachen herreißen können, oder? Ja, der war einfach. Zack, zack, zack. Ich glaube, die Erfahrungsfähigkeit ein bisschen geändert hat sich vielleicht auch nochmal zeigen sollen. Und so richtig vorbereitet, so sehen wir schon. Also, was? Ey. Aber wir haben fast gar keine KP. Also. Das ist sehr gut. Ich habe auch gerade TP bekommen, nachdem ich ihr erledigt habe. Komplett. Weiß ich nicht. Zeus gewinnt den zweiten Kampf. Ein eleganter zweiter Sieg. Und weiter geht's mit Kampf Nummer 3. Los geht's. Okay, der könnte vielleicht mehr abschneiden. Ja, genau deswegen. Ähm. Ja, das ist natürlich sehr geil. Warte mal. Tolle Idee. Was? Wir werden mich doch nicht treffen, oder? Warte mal, ich habe eine bessere Idee. Irgendwie blöd, ne? Der macht hier gar nichts. Sehr gut. So, mit dem Magian hat man bestimmt gleich gegen den. Oh. Der kann auch zaubern. Aber dazu ist gar nichts anderes. Ah. Nee, nee. Lass mal wieder heilen. Ich geh... Ich geh mal ganz locker hier an. So, dann... Das hat irgendwie nicht so was gebracht, deswegen mach mal Eruption. Er kann nur viel schneller zaubern. Mach mal den so. Irgendwie keine unnötigen cp und kp verballern. Ja. Okay, die paar... Oh, sein Overlimit. Da möchte ich ehrlich gesagt nicht... Äh, während so einen normalen Kampf hier voller haben. Aber... Wird wahrscheinlich der Fall sein, ne? Sirius gewinnt den dritten Kampf. Der bezauwende Auschwitter wurde zu den dritten Sieg. Es ist seine Zeit für den vierten Kampf. Los! So. Warte mal, schaff ich das. Von da aus. So magiefeindlich ist es eigentlich... Das Kolosseum nicht, finde ich. Wobei... Ich konnte einfach auf die andere Seite springen so... Ne? Geht nicht. Ja. Irre. sehr gut das geht auch schon abhängig als kämpfer das gewinnt im vierten kam mein zuckerpüppchen als nächstes seht ihr meine strahlende leistung er wird wird heute ein neues champion bau macht ich bereits los ist los jetzt so hunde passend finden wenn wir zellos gewinnen dauerne dort wird sondern bloß näher kommen wir haben bloß gleich mehr vom studen aufsparen hallo sicher sich voll einfach wenn man die mit fängt ja super egal dann machen wir es ihm so komm mal her das wird jetzt richtig doll wehtun ja der war tut ja schon mal den einzelkampf geschafft das liegt auch in der meisterklasse alle meine gegner kriechen vor mir es ist es ist jetzt ein großer champion die man kann ihn aufhalten so glaube ich das sind titel sein weiß ich gar nicht in allerkampf in sieg vielleicht das kollektions im plummet es ist eine ausreichung das excalibur wiedersehen fährt zuschauer bis zum nächsten erbitterten kampf so ein moment bitte außerwärter deine gegnerin ist es ich meine außerwärter ich werde hey glaubst du allen ernstes ich würde gegen meine eigene schwester kämpfen sei still ich zeige dir dass ich würde ich bin die wahre ausbreitet zu sein mach dich bereit darum geht es aber so ich darf das wäre so ein anderer da kann ich einsetzen jetzt mal bitte ein bisschen weiter weg mit gern fast oder irgendwie so was hier ist man nicht schwester jetzt aber ich habe keine tp ich habe mich ein bisschen am presse genau so akobatischen kampf oder was auch ihre mütze was ist das denn kein sp mehr aber er tut mir jetzt hier nicht kämpfen in irgendwas er macht mich fällig prissenswort das ist glaube ich nicht gut da wäre alles nicht passiert wenn ich meine europa limit und so hatte das nicht wahr ich kann austausch waren aber hat gereicht das gut gezaubert wenn ihr jetzt nicht gerade mit zau auf mich rauf hat dann haut die mini meteor rein irgendwie kontern glaube ich weil dann wird die auch direkt ab glaube ich dann wird die dann setzt sie das ein ich habe ein sterne als steht du kannst mir nix aua boah wehe ich kriege uns das overlimit oder so voll so zack ich muss kurz heilen ich werde schneller nein ich werde nicht gleich wenn ich mit dem gegen sie gewinnen würde jetzt das schlaf ok das maximum kp erhöht ja nein ich habe verloren wie die schwester selle ist ok cool es ist irgendwas die für falsch ist schon in ordnung tokunaga ich war nicht stark genug ihr seid also diejenigen die sich hier eingeschlichen haben ihr kommt jetzt mit mir stopp ich lasse nicht zu dass meine glitte schwester so abgeführt wird also gut dann gehen wir in die warte also warum hast du was getan selbst du sollst die abteil doch nicht verlassen obwohl du meine schwester außer bitte warten sie es ist nicht so wie sie denken ich ganz alleine habe diese reise organisiert sehr still tokunaga ich habe deinen plan zugestimmt folglich liegt die verantwortung bei mir ähm wovon redet ihr eigentlich ich war töricht hätte es gegen den auserwählten und vor euch allen im kolossian gewonnen hättet ihr alle ihre stärke anerkennen müssen die hat uns schon einmal erledigt ich hoffe ihr würdet es dann erlauben euch auf eure reisen zu begleiten das wäre richtig geil tokunaga was selbst wollte auch mit uns kommen ich hätte nichts dagegen nein selbst machte sich sorgen um die sicherheit ihres bruders ist auserwählen und wollte mitkommen nein ich mache ich meine cellos ist mutters ja tut mir leid ich weiß ich verdiene es von dir gas zu werden ich hasse dich nicht ich lebe sowohl mutter als auch selbst trotz meiner schwachen körpers bin ich in der lage mit ihr für der kraft eines ex zu kämpfen doch als ich noch ein kind war und nicht mal das konnte da war es für mich die schönste zeit als du mit mir gespielt hast außerwählter verehrte damen und herren begleiter cellos hat verloren aber sie ist dennoch stark findet sie nicht bitte erlaubt sei es euch auf eure reise zu begleiten da wäre richtig geil das kann ich nicht erlauben ja da habe ich mir schon gedacht cellos also hast du mich nein nein ich hasse nicht ganz und gar nicht warum dann hör mir zu sogar mit diesem ex jetzt wirst du krank und endest im bett ich kann dich nicht auf so eine gefährliche reise mitnehmen aber ich ich sage das weil weil du mir viel bedeutet verstehst du das ich bedeute dir viel wirklich ich habe mich doch nie an gelungen oder das stimmt so geht es irgendwie zu ende weil ich ein bisschen komische sauer habe ich jetzt gerade bekommen letzter schlag also aus dem seltenen erz gefertigtes schwert ok und next kalibur ein längere schwert das licht ausstrahlt gehörte 1 1 sagen und wohnen helden macht der geist ein durch inventar geister geschützter reib ständig gegen wasser wind feuer und erde cool schon voll die high end tier sachen gehen gehen wir mal hier links sterne reif ja ja schon gutes zeug als mein waffen aber jetzt kalibur 1256 aber weniger akku und dingens jetzt das schlag was noch stärker ok stehen wie seine stärkste wache oder irgendwie so hat ok 20 minuten haben wir schon meine güte die zeit schon wieder verfliegt es ist schon wieder so spät und 2 3 4 5 6 7 8 9 10 auch hat schon okay großer champion nach wieder alles ne kapier und vater ane ich habe ja schwert heiliger jetzt auslösen bleibt wie eine schmetter klinge und stich wie eine biene was für ein klischee aber ich nehme schwert heiliger vielleicht da geht mir schwert heiliger noch mal kapieren verteidigung immer großer champion oder und damit habe ich zwei sachen die alles erhöht glaube ich aber wahrscheinlich mit den geringen prozent werten oder so prozent werte werten keine ahnung lassen wir einfach jeder 100 werden wahrscheinlich auch gute boni geben so es wird eigentlich nur noch hier die dingens für einige charakteren die na komm solo belohnung und kämpfe und kam ja team es war gut ich wurde dich immer so schritt für schritt ein bisschen mächtiger werde muss man mal kurz zellos waffe angucken und zwar wie stark war sein kristall durch 206 jahre sind 170 punkte mehr gar nicht mal so wenig 1300 1799 und soll er stärker als leute ich sagen aber ich bin in dem partie und ich weiß nicht vielleicht mach mal mit irgendjemand anderen zum beispiel regel die arena kämpfe oder weil sie nicht mal gucken ich würde auf jeden fall sagen ich bin den party und sie sehen uns dann in der nächsten folge von der spielte ich bedanke mich als fürs zuschauen und sage wir gucken uns dieses geht noch an besorgt ich bin es einfach nicht ich bin ein besorgter bruder ich bin ein besorgter bruder ich bin ein besorgter bruder Ich glaube, dass ich mich überraschend bin, aber ich habe mir gedacht, dass ich mich überraschend bin. Oh, ja. Ich bin mir auch überraschend von Ceres. Nein, das ist das nicht so. Dass ich mich überraschend, sehr gut und sehr gut verraschend habe, wie kann ich meine妹 nicht so interessieren? Hm? Ich denke, Ceres ist das auch schon so. Nein, die sind nicht einfach so... ... ... ... ... ... ... ... naja wirklich wie er immer so eine fassade aufbaut bei allem was er sagt sondern speichern noch mal und dann würde ich jetzt sagen dass ich den part beende oder oder kommt noch irgendein skit oder stelle ist oder was weiß ich ich habe ich alles zuschauer sagen tschüss bis zur nächsten folge blablabla